Hallo und willkommen bei Borderlands. Wir sind einmal die Pummelrunde, das ist der Jeshu, ich bin die Pseudonymer und da ist die Filia. Hallo! Hallo! Bist du mir voll ins Gesicht gesprungen. Ja, so geht das. Und wir haben gerade festgestellt, wir müssen den Quest nochmal neu machen in der Arena, weil das Spiel nicht gespeichert hat. Das macht aber nix, wir sind nämlich jetzt voll ausgerüstet. Klar, wir sind voll gut vor allen Dingen. Sind wir? Wo geht's nochmal lang? Was müssen wir nochmal machen? Ich glaube hier lang. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Autoschen. Autos! Ich bin das Erste. Äh, der Erste. Du bist das Letzte. Ich bin das Erste. Oh, nein. Rum, rum. Ich fahr bei Pseudonymer. So. Welchen nimmst denn du? Fahrzeug 1. Okay. Ach ja, bei mir will mal wieder niemand mitfahren. Ne, komisch, kann ich gar nicht verstehen. Guck mal, da ist ein Bandit. Da war. Da war einer. Hey. Brumm, brumm. Ihr wisst den Weg, ich nämlich nicht. Ich hab ein bisschen Angst. Brauchst du nicht. Ich beschütze dich. Doch. Aber, 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 aber. Der Heeshoe, der überfährt uns immer. Ja, das stimmt. Ich überfahre hier niemanden. Fahr mal hier lang. Zur Sicherheit. War das nicht hier oben? Ich weiß es gar nicht. Ah! War das überhaupt hier? Nein, nein, ich weiß, wo wir sind. Schauen wir das noch? Ja. Nein, 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 doch. Okay. Okay, der Heeshoe weiß wohl, wo wir hin müssen. Alles klar. Der fährt ganz komisch. Katsch. Au. Entschuldigung. Nein, den treffen wir nicht mehr. Ach! Hier sind wir schon. Okay. Echt? Ach so, wir mussten ja da. Ach du Scheiße. Nein. Hallo. Wieso, wieso. Ich helfe euch mal. Ich gehe einfach wieder da rein. Au. Dieser blöde Alpha-Fieh hier. Der Vieh. Der Alpha-Fieh. Das ist schwierig, wenn du gleichzeitig fährst. Jetzt. An. So. Sehr schön gemacht. Ja. Okay. Alle da hinten? Alle weg? Okay. Gut. Sind wir in Sicherheit? Und mein Auto brennt. Das ist nicht mein Problem. Braucht jemand hier irgendwelche? Nein. Okay. Doch, klar. Immer. Immer brauchen wir irgendwelche. So. Hier geht's rein. Yeah. So. Yeah. Genau, hier geht's rein. Stimmt, hier war ja was. Genau. Der Autopfeind. Ja. Hat er ja gesagt. Okay, ich komme nach. Gar kein Problem. Da zwischen den Wänden, ne? Kennst du den Weg? Ja. Ja, ja, ja. Super. Bitte immer noch dran denken. Hier fällt man auch runter. Nicht so runterfallen wie der Heshoe. So. Hier ist jetzt wieder. Achso. Wiii. Okay. Jetzt hat er sich gespeichert, dass wir hier sein müssten. Ja, das finde ich gut. So. Was gibt's denn hier Schönes noch für Sachen? Kleineres oder leichtes Medikit hier. Das da, ja. So. Wir wissen ja jetzt, was auf uns zukommt, ne? Ach, das habe ich schon. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Schnüppere viel. Okay. Da, das muss ich gerade noch mal. Oh, was gibt's denn hier noch mal? Haben wir da schöne Waffen? Ich will keinen Gladi-Revolver. Ich werde minütlich stärker. Das ist schön. Dann stehen wir jetzt hier einfach ein paar Minuten rum und dann geht das. Ja, das ist voll der Plan. Hier gibt's Medikamente. Und der ist ja noch statisch. Was habe ich denn gerade? Ja. Was sind denn die? die ich ausgerüstet habe. Warte, vergleichen. Ach, was sollst du? Kann ich den kaufen? Ich habe keinen Platz mehr. Kann ich Sachen herkaufen? Mal schauen. Hier. Ich glaube, ich verkaufe den mal hier. Das wollte ich jetzt über 10. Kann ich den bestimmt noch nicht benutzen, ne? Ist das das, was ich habe? Dann kann ich das weggeben. Genau, den kann ich nämlich noch nicht benutzen. Was ist das? Hey! Oh, nein. Oh, ist das eine Granate, die ich habe? Ich dachte, ich hätte keine mehr. Plosive-Mail? Kann ich die verkaufen? Oh Gott, das ist ja jetzt hier wieder. Hab ich doch schon. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So. Oh, ich habe ein Schnipper. Warte mal, warte mal. Ach, so Level 9 gesehen. Soll ich jetzt erstmal wieder gucken, was wir alles überhaupt haben? Hat man hier eigentlich irgendwie so Kisten, wo man Sachen reintun kann, die später wieder nehmen kann? Ne, ne? Wahrscheinlich nicht. Soll ich schon mal mit dem Typen reden? Wenn der Kämpf dann nicht sofort anfängt? Der Kämpf? Ne. Der Kämpf. Also, ich glaube, es hat gespeichert. Also, hier steht Tod läuft. Na gut. Tod läuft? Was läuft, ist bei ihm der Auftrag Todeskreis Runde 2. Ach so. Ich habe ein Level. Wir haben die erste, okay. Ja. Oh Mann, wenn man lesen kann, ist klar ein Vorteil, klar. Okay, aber das ist Level 15, Schwierigkeit hart. Dann würde ich sagen, sind wir umsonst hierhin gefahren. Ne, dann holen wir uns jetzt, dann würde ich mal sagen, Schockkristallernte. Wo ist noch mal Element? Da ist Element. Äh, das ist auch 15. Ich würde sagen, Schnitzeljagd, Sniper Rifle. Ja, dann machen wir die Schnitzeljagd. Ja, wahrscheinlich. Jo, die Schnitzeljagd. Ja, dann gehe ich wieder hier rüber, über die Brücke. Okay. La la la. So, ich habe mal gerade gelevelt. Okay. So, habe ich noch gelevelt? Herzlichen Glückwunsch. Jippie, danke. Hat sie gemacht gerade. Der bleibt einfach stehen. Ja, Unverschämtheit, ne? Also. Musst du über den rüberspringen. So, wo müssen wir denn denn da für hin? Wir haben da draußen vor der Tür allerdings Gegner. Nö. Bin gleich im Auto. Oder auch nicht. Die sind weiter weg. Die habe ich vorhin schon gesehen. Warte, warte, warte. Komm, komm, komm. Achso, ich habe bloß E drücken, nicht F. Ergibt Sinn. Richtig. So, warte. Wo ist denn dieses, wo müssen wir denn jetzt hin? Aber wir müssen nicht dafür auch da rein, oder? Äh, ach, das sind mehrere Teile. Ne, warte mal. Wir müssen. Erstmal da hinten hin, oder? Ja, du fährst richtig. Und dann um die Kurve runter. Und jetzt gleich noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Hier müssen wir hin. Hier so. Ja. Da so. Ach, da müssen wir rein. Okay. Pass auf, da kommt einer. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich fahr euch schon noch um. Nein, das machst du natürlich nicht. Ständig. Aretails, waren wir da schon mal? Nö. Ich weiß es nicht. Uh, wir betreten ein neues. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ja, die Reise. Bricks Häuße sind stark. Tja, der ist aber nicht dabei. Ist es bei jemandem abgestürzt? Nein. Bei dir? Ne, gut. Ne, ich muss aber sagen, der Brick ist, uh, Wasser. Uh, Wasser? Der Brick ist eigentlich auch ganz cool. Ja, ist er. Das würde ich auch gar nicht bestreiten. Oh. Okay, wir können erstmal darüber reden. Was denn? Ich möchte dieses Schild haben. Ja, nimm. Ja. Ich kann es noch nicht tragen, aber ich will es haben. Ja, dann kauf es. Ja, das ist aber, ja, dann kauf es doch. Okay. Aber ich kann doch schon fünf Granaten tragen. Ich nicht. Weicherdeck, Combat Rifle. So. Granaten. Jetzt habe ich wieder Granaten. Yay. Okay, wo müssen wir denn jetzt warten? Hier ist, hier ist was. Granate, glaube ich. Wo seid ihr? Hier ist eine Granate. Ja, ich habe schon. Ich bin voll. Na toll. Granate. Ähm, wir müssen ein Stück weit. Äh, komm schon. Komm schon, Map. Ach so. Aha, die funktioniert andersrum. Okay, wir müssen erst mal hier hoch, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Geht nicht, schade. Ja, ich folge dir einfach. Ich weiß nicht, was für Gegner hier auf uns warten. Wahrscheinlich wieder eine Million Skags. Tödliche. Wo seid ihr? Das ist ein ausgewachsener Skag. Boah. Meine Güte. Oh, ein Eifer, ein Eifer, ein Eifer, ein Eifer, ein Eifer. Uh, 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 uh. Boah. Aua. Ja, da bringt der voll viel. Oh, der bringt... Oh Gott. Ach so, ich kann ja auch... Uh, oh Gott. Ey, ich habe dich nicht gesehen, du Arsch. MC. Ach so, der lebt nicht mehr. Duh. Duh. Ihh. Ihh, tot. Hör auf! Kann mich jemand helfen? Kann mich jemand helfen? Warte, ach, da sind noch mehr. Ich spute das Deutsch. Ja, warte. Du sputes Deutsch. Oh Gott, da sind noch mal viele. Moment, wie mache ich sie denn noch mal? Ich lege sie ab. Sie greifen jetzt mich an. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Wo bist du? Du bist weg. Ah, ich komm. Ihh, der hat mich angespuckt. Ah. Ja. Wie mache ich denn noch mal Nahkampfangriff? Äh, ich wollte gerade sagen mit F, aber das stimmt gar nicht, weil das ist ja dann... Mach das mit meiner Maustaste. Ich nicht. Äh. Da oben sind noch mehr. Ach, mit V. Was ist das? Kam ich denn darauf, das auf V zu legen? Ich glaube, das ist normal auf V. Meine Güte. Ich fress mit meinem... Das Problem an der Schneipenreifel ist, ist, dass man nicht merkt, wenn man von Nahen angegriffen wird. Au, 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 au. Ja. Alle tot? Nein, da kommt keiner. Nein, nein. Aber keine Munition mehr. Das kann doch nicht sein. Nein, komm. Kaum sind wir hier drinnen. Wie, du hast Munition? Warum kaufst du dir keine Munition? Ich hatte die Munition voll. Was? Ja. Du solltest dir so ein Speicherdeck für deine Munition kaufen. Äh, kann ich nicht, weil die habe ich alle schon. Ah, okay. Nein, noch so ein Alphas-Gag? Ähm. Ah, nein, 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 mich auf mich. Toll, ich habe jetzt auch meine eine Waffe verkauft. Oh nein. Oh, fuck, ey, Leute. Macht doch nicht sowas hier. Das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen, dass ich hier als Einzige... Fuck. Fuck. So eine Fuck aber auch. Ich habe jetzt auch keine Munition mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann überhaupt nichts mehr machen. Du fuckest jetzt hier nicht alleine rum. Okay, ich brauche eine neue Waffe, definitiv. Eine Notfallwaffe. Wir holen uns ja jetzt gerade ein Schnippereife für dich. Nee, Schnippereife brauche ich ja nicht. Ach so, ja, das... Ja, ich meine ja irgendwas mit mehr Munition. Ich kann leider nicht helfen, ich bin tot. Was ist denn eigentlich deine... Ich schieße auf mein Leben! Was ist denn eigentlich deine zweite starke Waffe? Also jeder Charakter hat... Woran sehe ich denn das? Ähm, ich weiß nicht. Hallo, du bist fast tot. Stirb endlich. Wie kannst du noch rumlaufen? Du hast überhaupt keine Lebensanzeige mehr. Ich? Am Anfang bei der Charaktererstellung. Zum Beispiel, der hat ja hier... Oh Gott, da kann ich mich doch nicht dran erinnern. Nee, aber hier... Das steht auch noch, glaube ich, irgendwo. Ja, das suche ich ja gerade. Das ist zum Beispiel Pseudonymas Charakter. Der hat irgendwie Elementarwaffen. Oh. Ich habe... Ach, wo steht denn das? Moment. Äh... So. Pistolen. Pistolen? Äh... Ich weiß es nicht. Ich glaube, da gab es keine. Huch, nein, ich will keine Granaten kaufen. So. Okay, meine Güte, was das für ein Massaker hier... Guckt euch dieses Massaker hier an. Massaker? Massaker. Massa... Massaker. Das ist so... Massaker. Dieses Massaker hier. Dieses Massaker. Okay, ich bin wieder voll. Was ist denn? Muni, tut mir leid. Ja, ich auch. Ja, ist ja gut. Wir sind ja noch nah am... Wir kommen hier eh wahrscheinlich nicht weiter. Also, ich habe mir... Das Spiel ist sehr Muni-lastig. Oh, toll. Jetzt ist hier über Sniper Rifle Munition. So. Drecksladen hier. Warte. Moment, was ist denn das hier? Das sind Shotgun-Munition? Nein. Ja, ich sehe nur noch mehr dazu. Ich brauche hier diese SM... Ach, das ist eine SMG. Noch was. Noch was. So. Oh, nö. Ich bin gleich sowas von arm. Ach, die Granaten kaufe ich nicht mehr. Die Granaten bringen irgendwie bei mir gar nichts. Ich treffe die. Da oben ist ein Haus. Ich weiß nicht warum. Ah, ist auch egal. Huch. Oh nein. Niemanden treffe ich damit. Was hast du getan? Nix. Kommt wieder ein Alphaske? Nein. Noch nicht. Mal schauen, was da oben jetzt auf uns wartet. Ich habe mich noch ein bisschen umgeguckt. Ich wollte hier gerade mal dieses Lager besuchen. Die habe ich gerade gekauft. Na gut. Hm. Ja, das ging mir gerade genauso. Hey, ihr seid ja schon nach oben. Wartet doch nicht. Ich will mir das Haus hier angucken. Vielleicht gibt es da ein Geheimnis. Nö. Hier gibt es nur Wände. Wände. So, ich nehme jetzt den Painful Street. Oh, Gott, hast du mich erschreckt. Wird mir leid. Du bist mit sehr wenig zufrieden. Ja. Du merkst es schon. Ich bin ein sehr minimalistischer... Sehr genügsamer. Ja. Sehr genügsamer Minimalist. Wo geht es eigentlich da unten in diesem zweiten Tunnel rum? Zweiter Tunnel? Ja, wir sind aus dem einen sind wir rausgekommen. Ja, das geht einfach so eine Schleife, glaube ich. Ja? Dann werden wir nicht erst mal zu unserem Quest gehen und... Ja, ja, dann gucken wir erst mal, wo unser Quest ist. Und das ist noch das Leichteste, ne? Banditen! Okay, ich wollte gerade gucken, ob er nett ist. Da stand Killerbandit, dann ist er nett. Ja, das... Genau, ich hatte ihn dann erst an... Oh, Gott, das sind ja... Ah! ...kleine Zwerge hier. Kritisch auf den Kopf getroffen. Yay! Oh, ein knallharter Räuber. Schön auf den Kopf. Bei denen weiß ich wenigstens, wo der Kopf ist. Die haben auch einen großen Kopf, der groß genug ist. Wo ist denn der? Da. Ja, könnte mein Geschütz jetzt auch mal... So. Oh, hey, stirbt. Was haben wir denn hier? Geld? Da ist noch irgendwo einer. Ne. Irgendwas ist hier noch. Irgendwas schießt hier. Ja, ich merke es auch. Oh. Schön. Hä? Ach, von da oben. Da kann der Sniper aufgesammelt. Ich gucke mir die gleich mal an. Ich habe ein Level. Das ist vielleicht eine für dich ist. Dann kriege ich die doch eh nicht mehr, oder? Kannst du fallen lassen. Ich meine schon. Da oben ist man. Der hat auch einer fallen lassen. Das ist ja das Problem immer. Entschuldigung. Also, ich habe noch nichts fallen lassen können. Warte. Ne, das geht ja auch nicht. Man kann nichts fallen lassen. Der zu meinem... Ach, die macht eh nur Schaden 69. Vorsicht, Rax. Ja, okay. Ja, es kommen mir auch eher noch auf die Schießgeschwindigkeit an. Da kommt ein Rax. Ah! Oh nein. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Hier. Wo sind die denn? Schmeckt meinen Falken. Na toll, jetzt habt ihr die kaputt gemacht, ohne dass mein Falke was zu tun hatte. Huch. Echt? Die sind schon alle tot? Nein. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nein. What? Wo ist er? Da oben. Ah, meine Frau. Haha. Abgestürzt. Ich habe ein Level. Da fliegt noch einer. Herzlichen Glückwunsch. So, Moment. Ja, was mache ich jetzt mit dem Level? Nee, klar. Kann ich hier reingehen? Nein. Plus Waffenfeuerrate, plus 15 Rückstoß, Shotgunschaden, Shotgunstreuung. Kann ich das hier aufmachen? Ich muss es wieder nehmen. Da hinten liegt eine was, falls das jemand gebrauchen kann. Das kann ich nicht aufnehmen. Nee. Ich habe gerade eine Waffe aufgehoben, einfach nur aus Not, aber ich glaube, die ist scheiße. Das ist so schwierig, ich kann mich nicht entscheiden. Aber dann habe ich wenigstens eine Alternativwaffe. Boah, diese Vorhänge, die sind so hart. Das ist krass, ne? Ich habe auch versucht, durch die durchzukommen, aber die sind steinhart. Steinhart sind die, ja. Beinhart. Wie noch mal geh. Oh, ja. Hisho, bist du soweit? Äh, ja, ich... Ja. Oder auch nicht. Ja, ich, ja. Achtung, ich werde angekommen. Oh Gott. Was ist denn das für ein Scheiß? Für eine scheiß Waffe. Knallharter Psychopath. Ja, so sieht der auch aus. Ih, der hat einen kleinen Arm und einen großen Arm. Der hat einen kleinen und einen großen Arm. Der hat einen kleinen und einen großen Arm. Ist ja eklig. Du bist hässlich. Stirb. Du bist hässlich. Wir sind noch mehr irgendwo. Mit der... Mit der... Mit der... Meine Waffen haben alle die Stoppkraft von einer Feder. Ja. Wenn du das sagst. Patsch, 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 patsch. Okay, es ist aber noch irgendwo jemand. Da ist ein kleiner. Ein süßer kleiner. Den habe ich schnell kaputt gemacht. Und da ist noch einer. Oh, ein Schläger. Die mag ich auch total gerne. Jetzt habe ich schon wieder keine Munition. So ein Kack. Du solltest dir eine Zweitwaffe anlegen. Ja, habe ich. Aber die ist scheiße. Lalalalalala. Hey. Diese Kacke. Wieso? Hier ist ein Erdbeben. Warum? Warte mal auf hier. Ich habe doch keine Waffen mehr. Keine Munition mehr. Na toll. Ich probierte es jetzt einmal hier einfach so. Ich schieße einfach mal wild in die Menge. Ich tu das. Das ist ja kein Friendly Feuer an. Feuer. Friendly Feuer. Kein irgendwie was zu bringen. Ah, Hisho. Du bist kein Nahkämpfer. Hast du gesagt? Nein. Aber es funktioniert ganz gut. Danke. Nein, nicht. Ich bin nicht. Ach so. Ja, dann. Oh Gott. Noch so ein kleiner alter Psycho. Ach, meine Güte. Ich will die Waffe haben. Ach so, die kann ich nicht haben. Okay. Lalalala. Ah. Oh Gott. So funktioniert das ganz gut. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Ich laufe einfach mal. Ich habe null Munition. Jetzt drehe doch mal da hoch. Null Munition. Warte, ich gucke mal gerade, ob hier Munition irgendwie liegt, die ich gebrauchen kann. Ja, ich hebe nichts auf. Ja, stell dich vor mir. Ich laufe einfach mal rum und hebe wahllos Munition und Sachen auf und so. Okay. Luti, 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 Luti. Was ist das denn? Wir machen das hier ganz gut im Kommen. Ja, das ist schön, dass ihr das macht. Ich habe ungefähr drei Millionen Magazine schon auf den verballert, glaube ich. So. Wo ist er denn? So, da ist noch einer. Und da ist noch einer. Na komm. Sehr schön. So geht das. Oh nein, warte, ich bin voll so. Uh. Keine Güte. Ach je, das war jetzt aber... Also ich glaube, ich habe jetzt den Dreh raus. Mit der Schrotflinte einfach drauf losstürmen und im Nahkampf dann hoffen, dass immer wenn man stirbt, man schnell noch jemanden besiegen kann. Hier liegt noch sowas. Das Problem an der Sache ist, ja, ich kann die nicht aufheben. Das Problem an der Sache ist einfach, dass die, ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Aber das ist ein Problem. Das ist echt ein Problem. Äh, dass meine Munition irgendwie nicht so wirklich... Das nervt gerade. Warte, was haben wir denn hier? Ein symmetrisches Thermalshield. Also wenn jemand ein Schild... Ja, ich weiß... Warte. Ähm, kann ich das hier fallen lassen? So, was habe ich denn jetzt eigentlich noch aufgesammelt? Wegwerfen. Hm. Man kann wohl Sachen fallen lassen. Echt? Ja, habe ich gerade fallen gelassen. Hast du fallen gelassen? Ja, so fallen gelassen. Also diese gummierte habe ich fallen lassen. Wie geht das? Mit der Leertaste. Ja. Ah. Aber da steht wegwerfen. Ich habe gedacht, dann wäre es weg. Nee, dann lässt es fallen. Okay. Was ist das, was du jetzt hier... 8,3, 8,1... Moment. Äh, Filia? Warte. Moment. Ja? Ich hätte hier einen Revolver. Der hat 122 Schaden. Das ist aber ein Revolver, keine Pistole. Also. Moment. Uh! Ja. Stimmt. Ich tu mal diese Scheißwaffe hier weg. Nein. Geh weg. So. Hier so blöde Waffe. Okay, man muss auch mindestens Level 22 haben, um ihn benutzen zu können. Ja, ich habe ja eine geile Waffe, habe ich ja. Die ist, ähm... Die ist aber erst ab Level... Huch. Oh. 22. Wow, 7. Ja, ne? Die ist krass, oder? Wow. So, ein Kettergun. Terrible. Kettergun. Hier. Oh. Ich habe das, glaube ich, jetzt auch mit den Dingern hier verstanden. Na hier, vor mir. So, dann mache ich die mal weg. Da. Hm. So, aber ich möchte gerne jetzt versuchen, da hochzukommen. Das wollte ich eigentlich eben machen, bevor wir angegriffen wurden. Und dann sind ein paar Viecher hier dazwischen gekommen. Ja, okay, ich komme mit. Achso, ähm... Nein, das geht nicht. Soll du nicht mal... Ja, wir versuchen dann gleich nochmal da hochzukommen. Also später. Also beim nächsten Mal. Muss doch irgendwie gehen. Also. Da oben fliegt was. Das machen wir auch noch. Ähm, die Folge ist zu Ende. Jawohl. Die Show. Aus. Ja. Es flüchtet. Wir, äh, sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Ja. Tschüss. Ciao. Der flüchtet nicht, der kommt auf uns zu, aber... So. Ja. Oh. Ja. 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 Vielen Dank.